Bei uns Volleyballern wird da Leistung und Fair Play sehr groß geschrieben. Also was mir am besten eigentlich gefällt ist, dass auch wenn es mal hitzig herging auf dem Feld, eine Schiedsrichterfehlentscheidung passiert ist oder so, aber man sitzt sich eigentlich immer nach dem Spiel zusammen, trinkt ein alkoholfreies Bier, kann auch dann über die Situation lachen, redet einfach, wie es einem geht und das auch nach deutschen Meisterschaften, nach Weltmeisterschaftshalbfinalen. Also da ist immer was da, was wir auch besprechen können und das finde ich eigentlich das Schöne am Sport, dass es auch wenn es auch auf dem Feld wirklich mal ein bisschen zugeht, aber danach ist alles vergessen.